Hallo Leute, herzlich willkommen zu Sir, You're Being Hunted. Ich habe mich hier letzte Folge versteckt. Der Rumpel ist hier auch da. Stimmt, die Geiste zur Seite. Ich hatte hier schon direkt am Anfang direkt einen Köter. Wir haben neu geladen und da ist direkt ein Köter hier auf mich zugelaufen, obwohl ich bei dem am verdammten Stein entstand. Cool, ich habe hier Schiffe, die auf dem Land liegen. Hattest du auch schon, glaube ich, oder? Schiffe, ja, genau. Ich weiß gar nicht, dass es ein Biom hat auf jeden Fall Schiffe auf dem Land, was eigentlich echt ganz cool ist. Ja, sehr geil. Da ist auch jeweils immer ein Lagerfeuer. Vielleicht mache ich alle Lagerfeuer an und renne dann und hole mein letztes Artefakt von der Insel. Alle Lagerfeuer? Ich glaube, so viele Matches hast du gar nicht, oder? Ich habe die große Schachtel. Ah, cool. Ich weiß nicht, zählt die runter? Ja, die zählen die Zahlen, zählen die Dings runter. Achso, also asen sollte man damit auch nicht. Nee. Gut, gut. So, ich bin auf dem Weg nach Westen, denn ich habe ja alle meine Artefakte abgebracht. Ich habe zwölf gefunden, 13 fehlen mir noch. Wie sieht es bei dir aus? Ähm, ja, schwupp, noch eins. Noch hier von der Insel holen. War ja irgendwie gut gelaufen, letztes Mal. Was? Was? Wie du hast eins? Äh, äh, äh. Ja, ähm. Du hast noch viel mehr. Ich, äh, hab... Du hast offline gezockt. Gib's zu. Ich hab, ich hab, äh, ich hab ein bisschen nachgezogen. Tatsächlich. Ich musste... Ich musste da mal, äh, ein bisschen naufholen. Das heißt, wie viele Artefakte hast du jetzt? Ähm, ich habe Found 7. Und auf diesem Island fehlt mir noch eins. Und das hole ich gerade. Ich suche auch nach dem Irrlicht, was mir den Weg zeigt. Zeigen soll. Ja, ich hab ein bisschen offline gezockt, damit, äh, die Grätsch nicht zu krass wird. Und was ich halt vor allen Dingen auch machen musste, war, äh, ja, mein Inventar mal ein bisschen zu füllen. Ach, geil. Ich hab grad zufällig ein Artefakt gefunden, das nicht bewacht ist. Oh, der Rumpel. Dem spielt das Schicksal in die Karten rein. In die Karten vor allen Dingen. Bloß ich kann's jetzt nicht mitnehmen. Das ist so ein bisschen doof, weil ich zu viel Zeug in meinem Inventory hab. Hm. Ich hab, ich hab noch einen Kaffee im Inventory übrigens. Scheiße, ich find das letzte Artefakt nicht bei mir. Damn it. Das will ich jetzt gar nicht hier nehmen, das Artefakt. Es ist vor allen Dingen auch der Hauptinsel, insofern lass ich das jetzt tatsächlich erstmal. Sondern ich geh weiter und versuche jetzt zum Westen, zur westlichen Insel aufzubrechen. Weil Osten und Norden, das hab ich, ne, Osten und Süden hab ich ja schon. Ja. Boah, jetzt muss ich aber auffassen, dass ich nicht aus Versehen auf die falsche Insel fahre. Naja, gut, so schlimm ist es ja nicht. Oh, hier ist meine Insel zu Ende. Ah, da ist ein Irrlicht. Ich folge dir. Bist mein Freund, ich folge dir. So, das hier müsste eigentlich Richtung Westen gehen, auf die westliche Insel. West Coast, yo. Eigentlich bin ich jetzt so drauf, dass ich sag, ich will nur noch Munition und, ja, safe progress und take both west. Munition und Dynamit hätte ich ganz gerne wieder. Dynamit ist Spaß. Alter, ich hab noch nie, noch nie Dynamit gefunden. Hm. Hm. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das stimmt inzwischen, was wir so, was ich so gesagt hab. Nämlich, dass, ach cool, das sieht ja mal ganz anders aus. Ich bin jetzt bei den Mountains übrigens. Hier sind Tannen. Ja. Große Tannen und das sieht echt ein bisschen gebirgiger aus. Sieht cool aus, gefällt mir. Was glaubst du denn, was stimmt, was du gesagt hast? Ach so, dass tatsächlich das persistent ist. Das heißt, wenn du jetzt wieder zurückgehst zu deinem Anfangsbiom oder so und du nochmal wieder zu den... Merkt er, merkt er sich, äh, was gelootet wurde schon und was nicht. Genau. Ach, fuckvögel. Scheiß fuckvögel. Ich hab hier, ich bin noch ein Haus entdeckt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier schon war. Oh, aber das, äh, das Mountainbiom gefällt mir. Oh, mich haben sie erwischt schon. Das ist nicht gut. Während ich die noch nicht erwischt habe. Also, am meisten nerven mich ja die Hunde, ne? Die Hunde sind echt fies. Vor allem, weil die so lange hinterherlaufen, ne? Ja. Shit. Boah, ich hab mich hier total verrein... Oh, das ist ein Dorf. Boah, shit. Geil. Du warst doch bei diesen, äh, gebirgigen Dingern warst du noch nicht, ne? Doch, ich hatte schon, äh, Klippen. Also, ich bin auch schon... Nee, aber nicht Klippen, sondern richtig Gebirge. Mountain. Ja, eigentlich schon. Also, ich hatte da, äh, Felsen und so. Ja, nee, das meine ich auch nicht. Ich meine, Felsen, ich meine richtig Berge. So, dass du rauf und runter gehen musst die ganze Zeit. Und die Windräder habe ich jetzt auch. Die hast du doch auch schon mal gehabt. Windräder hatte ich auch schon, ja. Ah, da hinten ist wieder so ein... Nürrlicht. Ah, jetzt bring mich da hin, ne? Also, ich, wenn man den Kram holen kann. So, jetzt kommt hier der... Der Ballon hier mir zu nahe. Ich weiß nicht, der Ballon, der macht ja irgendwie nicht wirklich was, oder? Ja, wenn der halt in der Nähe, wenn dann in der Nähe Roboter sind. Die laufen halt alle zum Ballon, wenn der, wenn der Alarm ausschlägt, ne? Ist klar. Da laufen die Roboter hin, genau. Oh, ja, das ist das schon. Insofern, das hängt ja immer davon ab, wenn viele Roboter unterwegs sind, dann ist es schon gefährlich. So, hier waren doch jetzt irgendwo Hütten. Es ist viel schwerer, sich hier zu orientieren, habe ich das Gefühl. Boah. Oh, es sind zwei. Oh, das gibt's doch nicht. So, ich bin weg. Boah, das ist geil. Also, mir gefällt das Biom echt super. I like... So, ich starb. Ist auch, du machst gar keinen Lärm mehr, wenn du stirbst. Ja, ich bin relativ abgebrüht mittlerweile, weil ich habe gestern tatsächlich, bevor ich das erste Ding da noch geholt habe, bin ich ziemlich, ziemlich oft nochmal gestorben, weil ich einfach auch nichts im Inventory habe. Und, ähm, im Prinzip, was das Sterben jetzt schlimm gemacht hat, die anderen Male, wenn man lang rumgerannt ist und wirklich versucht hat, da zu entkommen. Aber, ähm... Ist ja geil. Ich weiß nicht. Ich hatte keinen Progress zu verlieren. Ja, ich habe jetzt, äh, ich bin jetzt, wie gesagt, in diesem Mountain Biom und da haben die einfach mal so die Front einer, die Fassade einer gotischen Kathedrale mal reingestellt. Ohne, dass aber die Kathedrale dabei ist. Das ist also eine Ruine irgendwie und das sieht total cool aus. Sieht aus wie ein Weimar, das Ding. Ähm, da gab es mal so eine Ruine, die, ähm, komplett wieder aufgebaut ist. Also, die wurde irgendwo anders abgebaut und dann dort im Park, im Goethe-Park oder wie der heißt, äh, wieder aufgebaut. So ungefähr sieht das aus hier. Wusstest du übrigens, dass, äh, Schiller und Goethe in Weimar beerdigt liegen und zwar in der gleichen Kapelle? Ja, und zwar händchenhaltend. Das wusstest du wiederum nicht. Äh, die, die haben, äh, nee, das wusste ich nicht. Ich glaube aber auch, die Geschichte ist die, dass beide den, ein und denselben Füllfederhalter festhalten. Haha, das kann sein. Sehr gut. So verdammig, ey, wo ist denn jetzt hier? Ich habe hier kein Gebirgsdorf bisher gefunden. Ich, äh, wandle komplett in der Natur. Da ist es. Ich habe das letzte Artefakt zumindest gefunden. Und jetzt werde ich mal ein paar Fallen auslegen für die Arschkrampen. Ich glaube, gleich ist mal wieder Zeit, dass ich den Irrlich dann folge. Ah, da ist auch so ein Hund. Aha, der Hund ist kaputt. Ah, nein, 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 nein. Ah, scheiße. Den Hund kann ich noch gar nicht kaputt machen. So. Oh, shit. Shit. Aber ich... So, ich habe, ich habe, oh, getroffen. Ich habe, ich habe hier eine böse Schießerei. Ja? Geil. Ja. So richtig mit Gangster-Style. Blöd nur, dass du keinen Fluchtwagen hast, ne? Wir sind jetzt auch in der Falle. Jetzt muss ich nur schnell zusehen, dass ich die Arschgesichter loswerde. Jungs, boah. Scheiße, da kommt der Nächste schon. Warte mal, war hier nicht irgendwo... War hier nicht irgendwo... Ah, sieht das schön aus. Noch ein Feuer. Oh, so, jetzt habe ich... Oh, scheiße, jetzt sind super viele da. Ich muss... Ah, und ich bin auch getroffen. Ich muss meine Fallen mitnehmen, Alter. Es geht nicht. Es geht nicht. Ja, musst du weglaufen und dann später nochmal wiederkommen. Ja, ich glaube, so muss ich es machen. Fucking. Aber da ist auch ein Artefakt halt, weißt du? Fucking Artefakt. Fucking Artefakt. Ah, Mann, ey. Boah. Scheiße, ey. Boah. Das ist einfach der dämliche Luftballon. Scheiße, der kommt. Shit. Nee. Jetzt haben sie mich doch gefunden. Ich muss die Typen auch noch looten, vor allen Dingen. Das ist das Problem. Aber die bleiben liegen, ja? Das hast du mir versprochen. Ja, die bleiben liegen. Das ist persistent. Persistent. Boah, Alter. Ich hab... Ich bin... Was man für Worte kennt, ne? Durch diese ganzen Computerspiele. Biome, persistent. Das Problem ist, die anderen Wichser, die gehen jetzt wieder zu dem... zu dem Artefakt wahrscheinlich hin. Boah, verpisst euch, ey. So, ich hab jetzt hier auch grad leider Probleme gehabt, weil durch... in diesem Mountain-Biom sind relativ viele Vögel unterwegs. Das ist, äh, unangenehm. Oh. Scheiße, jetzt. Hab ich tatsächlich nicht... nicht viel gewonnen. Oh. Nicht viel gewonnen und noch mehr zerronnen. Was stehen da? Die nerven. Die nerven. Kann das sein, dass sie in diesem Mountain-Bereich überhaupt gar keine Häuser sind? Ähm, ja. Ich hatte ein kleines da stehen. Ja, so eine Hütte, ne? Ja. Ey, wieso nimmt der jetzt die Falle nicht? Jus. So, jetzt nimm die Falle wieder, Amado. Cool. Ne Burg. Ey, ich seh. Ah, toll. Scheiße, ich kann die Falle nicht nehmen, ey. Ich weiß nicht, was soll das... Hab ich das Inventar? Kann doch gar nicht sein. Ich hab da nichts wieder reingemacht. Dammit. Dammit. Der Wichser, ey. Scheiße, ey. Oh, ist das asozial, ey. Oh, Alter. Boah. Oh, ich hab vier von den Typen platt gemacht. Und dann sind sie doch nochmal auf mich aufmerksam geworden. Aber jetzt weiß ich, wo das Artefakt halt liegt. Was ist das gemein, ey? Ich wage es gerade nicht mal zu atmen. Ich bin in einer coolen, alten Kathedrale angekommen. Oder so einer kleinen... Eigentlich ist es eigentlich keine Kathedrale, sondern eine Kapelle. Aber natürlich... Dann bete mal schnell für mich, dass ich in dieser Folge das Artefakt noch hole. Das sieht nämlich echt eigentlich nicht so gut aus. Eine Sache probiere ich jetzt tatsächlich mal aus. Ich zünde jetzt mal die ganzen Scheiß-Lagerfeuer an und renne dann direkt dahin. Die sind nämlich alle in der Nähe. Ich bin gerade hier bei so einem Grabstein. Und da steht halt irgendwie Amy Worrell. Und dann als Grund des Todes Buried Alive. Lebendig begraben. Alter. Ja, ne? Ja. Die Roboter machen hier... So, jetzt bin ich mal... Oh, hier war doch noch eine. Hier war nur eine Feuerstelle. Ich höre doch da einen. Mindestens. Hä? Was ist jetzt hier los, Bruno? So. Jetzt habe ich Feuer angemacht. Jetzt hätte ich gerne die Trompete und würde die gerne herhupen. Oder raffen die das gar nicht. Ich muss zu dieser Villa. Wo ist denn die Villa? Oh, stirb! Oh, das gibt's doch nicht! Eieiei. Ah, hier ist die Villa. Ich muss jetzt mal den hier wegmachen. So, das ist das letzte Artefakt. Ich will es haben. Warum will ich es mir? Ach, dammit. Broken Shotgun und viele verdammten... So, komm, ich habe mit der Shotgun mal die jetzt weg. Oh, wieso haben die mich schon wieder entdeckt? Das gibt's doch nicht. Verstehe ich nicht. Oh! Von daher... Oh, der hat eine Rifle, aber ich habe... Alter! Zwei! Ich hatte gerade zwei Lebenspunkte. Echt? Ja. Oh, jetzt habe ich keine Munition mehr. Oh, nein! So. Jetzt wird die gelootet, du Scheißgang. Ah, Jus. Der hat natürlich auch wieder nichts dabei. Aber hat die überhaupt keinen Eingang? Doch, hier. Das nehmen wir mal mit. Ah, dafür ist der... Dammit! Ich hatte gehofft, dass der noch weiter weg ist. Das war ja wohl mal nix. Ah, ich bin gerade gestorben. Und zwar an der Kapelle. Und wurde nicht lebendig begraben, sondern tot! Oh, Gott! Scheiße! Was... Ich hab... Bei mir passt das nicht mehr ins Inventar rein. Das... Äh... Das Artefakt, oder was? Ja. Ja, das ist unangenehm. Bist du auf der Hauptinsel? Nein! Seiteninseln. Oh, Gott. Achso. Ah, jetzt hab ich die... Die Rifle weggeschmissen. Ah, das ist... Und es war es nicht gut. Aber ich hab nie... Ich hab nicht ein einziges Mal Muni für die Scheiß Rifle gekriegt. Und es war es außerdem auch ein kleines Artefakt übrigens. Das hätte ich nämlich doch noch reingekriegt. Hab ich jetzt alle? Alter, ich geh speichern. Boah. Hier sind ja mal richtig Häuser. Gibt ja doch noch Häuser hier. Oh, und ich hab das erste Artefakt davon. Irgendwie muss... Hab ich das Gefühl, Man muss immer so ein bisschen Linksdrall haben. Ah, mich haben sie. Gespottet. Aber ich glaube nicht, dass die mich kriegen. Alter, ich... Tauche bis dahinten. Aber wenn man jetzt hier Sachen wegschmeißt, dann kann man die nicht wiederholen, ne? Die bleiben da nicht liegen. Äh, nee. Eigentlich, äh... Eigentlich inkonsequent. Weil dann könnte man so ein bisschen sich auch, äh... Na, irgendwo Vorrat mal ablegen. Theoretisch. Ja, also du kannst... Du müsstest rein theoretisch das eventuell sogar in Häusern ablegen können. Aber... Äh, hundertprozentig sicher... Ah, Dynamit! Geil! The progress. Vote to North. So, Rumpel. Romjus, können wir die Folge beenden. Ich gehe, äh... Oder soll ich erst noch Artefakte abliefern? Ich bin nur einmal gestorben. Ja, liefer nochmal ab. Währenddessen loote ich hier nochmal ein bisschen. Wir sind bei 17 Minuten. Ja, ja, ist okay. Minuten looten. Wir sind bei 17 Minuten. Der Rumpel ist am looten. Und hier war ich am bluten. Das ist immer so deprimierend, obwohl diesmal geht's. Wenn man, äh, auf einer Insel ankommt, dann ist Hells und Vitality auf 100. Aber das ist halt noch nicht gesünd. Das ändert sich schnell. Achso, das ist gesünd. Nee, nee, das ist halt... Ja, äh, der lädt das erst später rein. Mhm, mhm, mhm. Äh, mhm, mhm. So. Ach. Ich liege auf der Lauer. Auf der Mauer, auf der Lauer, liegt ne kleine Wanze. Guckt euch mal die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann. Auf der Mauer, auf der Lauer, liegt ne kleine Wanze. Ey, meine Wanze konnte lanzen. Rumpel, jetzt erklär mir bitte das mal. Was? Lanzen? Was ist denn Lanzen? Oh, ja. Wie gesagt, ich bin schon wieder ertappt. Aber ich lass mich jetzt mal nicht beirren. Ich hau einfach... Ey. Ey. Oh, was bitte? Was bitte? Ich hau einfach... Was bitte? Was bitte? Oh, Mann. So, jetzt bräuchte ich mal ein Feuer. Boah, hier ist aber... Was ist denn da los? Hier ist ja... Karneval. Hier brennt's ja. Ey, ich würde ja am liebsten jetzt den Progress nochmal... Oh, das ist ein Artefakt. Na, warte mal. Na gut, also wenn ich das jetzt mitgenommen kriege, dann... Wahrscheinlich. Egoi. Egoi. Das passt nicht. Alter, ich krieg... Ich krieg ein Föhn. Echt? Neun? Oh. Na. Das gibt's doch gar nicht, ey. Oh, Mann. Das gibt's doch gar nicht. Warte mal, hier Progress-Safen macht eigentlich keinen Sinn. Scheiße, ey. Oh, geil. Oh, hier geblieben. Die Leiche fällt runter. Ich bin gerade unter Wasser getaucht, als er geschossen hat. Also mit dem Abliefern, Rumpel, das ist bei mir so eine Sache, ne. Das sehe ich gerade noch nicht. Keep looking. Wie gesagt, besorgt. So, riskant jetzt, was ich hier gemacht hab. Alter, was ich mache, ist seit nunmehr der 11. Folge riskant. Scheiße, da ist auch noch ein Artefakt. Na gut, auf der Hauptinsel sind ja auch die meisten. Insofern muss mich das jetzt nicht wundern. So, von mir aus können wir jetzt die Folge beenden. Ich hab aber noch nicht abgeliefert und ich bin noch nicht bei meinem Stonehenge. Was ist denn das? Ist ja ewig weit weg entfernt. Also das Folgenende wäre schöner tatsächlich, wenn ich abliefern würde, oder? Ja, aber so hast du einen Cliffhanger. Achso, ja, warte mal. Okay, warte. Machen wir Cliffhanger gleich. Aber ich will die Dinger noch sehen, am Horizont. So, ich hab mein erstes Artefakt auf dieser Insel gefunden. Ich weiß, wo das zweite ist. Aber mir fehlt Munition. Und zwar ganz massiv. Aber ich find, äh, mein Stonehenge nicht. Alter. So, wo ist denn der andere? What the fuck? WTF Massive. Ach, shit. Hier hängen auch schon wieder welche rum. Man muss hier immer gleich looten, ne? Die Vögel. Boah, das ist ja krass. Oh. Ich werde nicht abliefern, weil die, weil die Wichser da stehen und weil ich jetzt nichts mehr, ich hab nichts mehr. Ich hab kein, das gibt's doch nicht, ey. Ey, Alter, das ist, das find ich pervers. Die stehen halt da genau davor. Boah. Pervers. Oh. Ich hab irgendwie immer weniger, ähm. Ja, das war's. Aber hier ist halt noch ein bisschen was, was zu looten. Alter, das, das find ich echt hart. Ja, ja. Das find ich hart. Das ist alles hart. Hart, hart. Das Leben ist hart. So ist es. Ach, Alter. Puh. Ich konnte nicht abliefern, weil ich starb. Na gut. Dann liefere ich nächstes Mal ab. Oder? Jo, machen wir so. Und ich, äh, versuche nochmal hier den Kadaver zu finden. Und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder von Sir You Are Being Hunted. Bis dahin. Tschö. Tschüss. Tschüss.